Ustra Sadhana, ohne H, heißt gehen wie ein Kamel bzw. Kamelgang, wird beschrieben im Shri Tattva Nidhi, Vers 73. Stehe auf, gib die Hände auf den Boden, Handrücken auf den Boden, als ob du Fäuste machen willst. Dann gib die Füße auf die Hände, die Hände von der Seite oder auch von vorne. Und jetzt gehe nach vorne wie ein Kamel. Es gibt übrigens drei, die ähnlich sind. Es gibt zum einen Gacha Sadhana, das heißt gehen wie ein Elefant. Es gibt Ustra Sadhana, gehen wie ein Kamel. Und es gibt Aschva Sadhana, und das ist gehen wie ein Pferd. Wie die sich jetzt genau unterscheiden, bin ich leider etwas überfragt. Gut. Gut. Gut.